dich wie oft ballen wir hier ähm ja können wir machen können wir machen sowas sowas Silvanus Silvanus bin ich übelst die Niete aber können wir machen äh ne ne doch nicht kann ich ja ja bin ich auch nicht viel besser äh keine Ahnung wir könnten Ymir Xing Gap R2 mach doch Silvanus Attack Speed ja komm scheiß lass Silvanus machen komm komm ja amigos Attack Speed mhm ok was muss ich denn hier überhaupt skillen äh also du fokust die 1 und dann nennst du dir die 2 oder die 3 ok ich mach auf jeden Fall kein Journal-Kämtigeres dauert mir zu lang ja klar Blume sein du brauchst so viel Mana mit dem ich brauch wieder ok wir brauchen dafür 2-3 Jahre oder was ja ist egal mache ich mit meiner 2 eigentlich an Minions Damage nein nein geil du hilfst auch deine nicht cool cool aber wobei es geht es ging halt echt alter boah jetzt mich so oh nein geht weg ja nein clear die Landhund Aua! Dieser Duck Damage ist ja retarded! 360! Oh verdammt! Nein! Ich habe in die komplett andere Richtung geschaut! Ich dachte, ich krieg dich! Geh weg, Dunt! 360! Ok, das ist nicht da! Nein, der ist Level 5! Geh weg! Komm her, Dunt! Nein! Nein! Zum Glück bin ich nicht so gut mit dem! Jetzt wirfst du eigentlich Dynamit nach mir? Weiß ich gut, ja Bruder! Stop, Dunt! Wut? Zweit weg! Waaaaas? Ok, Ulti ist raus! Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie weit überhaupt die Reins von der 3 ist! Ich weiß auch nicht irgendwie! Ich habe sie auf Instacast, deswegen sehe ich sie nicht! Egal, einfach geradeaus! Da 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 da! Da 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 da! Ahu, ja! Oh! Ja! Ah, lohnt sich, Ahu! Hau, Beda! Machst du red, Dunt? Nein. Echt nicht. Okay. Mach du doch, wenn du willst. Warum sollte ich? Ich frage Blue. Mehr brauche ich nicht. Oh Gott, Digga, ich frage mich. Wer hat den hier auf Level 3000? Wer hat den hier auf Level 3000? Ich Idiot. Digga, ich frage mich und ich aktiviere mich. Oh, du hättest mich gefickt mit beim frage. Digga, ich weiß nicht. Ich war gerade gefokust auf ein Auto-Attack-Battle. Digga, Levels sagen nichts aus. Pass auf, Gott. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich frage mich. Ich frage mich. Geh Gott. Hör mal. ZEISS. Ach. Ich weiß nicht. Das stimmt. Es ist easy! Da hat sich dein Brazor nicht mehr gerettet, du? Nein, Digga, überhaupt nicht! Fick die Scheiße! Digga, Tier 2 von diesem Bedingen gibt einfach 55 Magical Power! Digga, was machst du damit? Ich kann damit kaum leben! Entschuldigung! Richtig, Junge! Du wirst Minions verlieren! Ich bin's on my way! Du wirst doch keine Minions verlieren, weil ich 3 Jahre brauche für die Brave! Ich bin's office! Ich bin's office! Ich bin's office! Mann! Mögen! Ich bin's! okay dicker du machst mehr damage als ich brüte hab ich hab eh dich oh ist ja nur Ah, schade. Das war aber auch knapp. Nein. Nein. Du bist wieder Ehrenlös und gehst für Red, ja? Nein. Ich werde nein, Bro. Gehen dir. easy shit man ich hab viel zu wenig magical power ja nein Okay, da verliere ich Ja, ich hab meine, mein Dings, mein Klatsch nicht getroffen, was war denn? Puff, da war los, ich habe laubert. Hö Schöp. Ich bin der ich nicht mehr als ich bin. Wir haben uns gegenseitig geklärt. Ja, lol, Digga. Digga. Ich hab Lane-Vorteil. Bin auf dem Weg. Red Buff. Bin in dir, Bruder. Bin in dir. Du hast nicht gewildet, gell, bei dem Kampf? Wieso nicht? Hatte keiner. So. Sonst hätte ich dich auf jeden Fall direkt gewildet. Ja, ich wäre auch auf jeden Fall gestorben. Nein. Ich vergesse immer meine 2 zu aktivieren. Ja. Digga. Ich vergesse immer meine 2. Sivanis. Verzeih mir, Bruder. Bruder. Ja, ja. Dann kommt drüben für 그냥 vor. Ja. Du hast Dinge als du zu mir gelaufen bist, hast du ein bisschen zu viel damage gefressen. Ja, ja. Ich kann mir den Outdoor jetzt halt von dem nicht so klar, finde ich irgendwie weird, deswegen, aber egal. Ja. Den und ich hätten uns jetzt schon mental gegenseitig fertiggemacht. Ich kann Sivanus halt. Es ist alles bloß Lack, was ich hier mache. Ja, aber so schwer ist der jetzt eigentlich auch nicht. Ja, aber wenn man mit seinem Outdoor jetzt halt nicht klarkommt, trifft die drei halt auch so, weil ich keine Ahnung habe, wie die Range ist. Ich habe die Autofen, ich habe die Autofen. Ja. Ja. Pfff. Ja. Na. Na, gott! Ist mir einfach nichts, Alter. Da komme ich nicht rein! Ich treffe halt jetzt keine Autohids mehr. Du hast schon das halbe Leben abgezogen, bis ich überhaupt ein Autodritt bei dir getroffen habe. Das macht dann keinen Sinn. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch von Herzen!